Hallo, ich bin Marvin hier für musikmachen.de und ich zeige euch heute den Motu Mach5 3, ein Software-Sampler, wobei eigentlich Sampler da zu wenig gesagt ist, weil das Ding unfassbar viel kann. Im Lieferumfang, das kann ich gleich schon mal vorweg sagen, sind acht DVDs. Eine davon ist Installer und der Rest sind Sounds. Also da ist super viel an Sounds drin und ich erzähle euch jetzt erstmal ein bisschen was so zum allgemeinen Layout und zur Arbeitsweise. Und zwar gibt's hier auf der linken Seite im Bildschirm quasi die verschiedenen Parts, die ich laden kann. Ich kann, wenn ich will, eine unbegrenzte Anzahl von Parts laden, womit dieser Software-Sampler, glaube ich, ganz, ganz weit vorne liegt. Das heißt, ich kann mir quasi unendlich Oszillatoren oder Samples oder was auch immer ich gerne haben will, dazu basteln, insofern das der Rechner bzw. die Soundkarte zulässt. Vorgeladen habe ich jetzt hier mal von einer DVD, die mitgeliefert wird, die Telematic, eine Telecaster, eine gesampelte, die alleine im Light-Modus mit irgendwie 4700 Samples daherkommt. Deswegen habe ich sie auch vorgeladen, weil das dauert ungefähr eine Minute, zumindest bei mir, bis das geladen ist. Und erkläre euch jetzt mal ein bisschen, also es gibt quasi hier den Play-Mode auf der linken Seite. Solo, Chord, Mixed, also Solo und Chord, dann Keyboard. Wenn ich auf Keyboard-Modus gehe, dann habe ich nicht Gitarrenakkorde und nicht quasi die Griffe und die Voicings von der Gitarre, sondern exakt so, wie ich sie hier auf dem Keyboard spiele. Und Sequenz, da kann ich mir dann quasi so ein Arpeggiator zusammenbasteln, wie ich das gerne haben will. Dann gibt es hier Guitar-like und Piano-like, zwei verschiedene Chord-Modi, die einfach ein bisschen verschieden klingen. Trigger-Modi.